Hallo Leute, in meinem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie wir einen Hefeteig herstellen und habe euch versprochen, dass wir damit das nächste Mal einen Kuchen backen. So, den werden wir jetzt backen. Und zwar backen wir eine Eierschäcke. Dazu habe ich den Hefeteig jetzt schon mal auf ein Backblech gemacht, Backpapier drunter gelegt und einfach drauf gemacht und mit einer Gabel ein paar Löcher reingestochen. Doch, für die Eierschäcke brauchen wir zwei Massen jetzt noch. Die erste Masse ist mit Quark, 50 Gramm Zucker, 1 Esslöffel Speisestärke, einem ganzen Ei und 2 Eigelb und ungefähr noch 4 Esslöffel Milch. Das verrühren wir jetzt. Diese Masse geben wir auf unseren Teig. Schön gleichmäßig mit dem Löffel teilen. Darauf kommt dann noch eine Masse, die ich euch jetzt zeige. Dazu brauchen wir, das war übrigens mein Herd, den habe ich schon mal auf 2,5 Grad vorgeheizt. Könnt ihr auch machen, dass er dann fertig ist, dass wir gleich den Kuchen reinstechen können. Die zweite Masse. Dazu brauchen wir 250 Gramm Makrine, schön weich. 125 Gramm Zucker und 4 Gänse Eier. Das Ganze verrühren wir jetzt auch. Und diese Masse kommt jetzt auf die Quarkmasse auch noch oben drauf. Auch wieder schön verstrahlen, überall hin. So, und das Ganze kommt jetzt bei 200 Grad, ca. 35 Minuten im Herd. So Leute, die 35 Minuten sind rum. Mein Kuchen ist fertig. Ich hoffe, er ist was geworden. Ich hoffe, bei euch auch. Ich zeige euch mal mein Ergebnis, dass ihr ungefähr seht, wie er aussehen muss. So sieht meiner aus. Ungefähr so. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es schmeckt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.